Leute, was geht? Heute werden wir random Duos spielen und unseren Mates sagen, wenn wir den Win mit ihnen zusammenholen, dann bekommen sie auf jeden Fall den Battle Pass von mir geschenkt oder einen Skin aus dem Item Shop. Es wird bestimmt richtig lustig. Lasst ein Abo da, um weitere Videos nicht zu verpassen und liked dieses Video, falls wir mal random Squad machen sollen oder falls euch solche Ideen gefallen und kommentiert so oft es geht euren Epic Games Namen, denn dann habt ihr die Chance auch von mir einen Skin geschenkt zu bekommen oder falls ihr den Battle Pass noch nicht habt. Jo Moinsen, Findigi, was geht denn ab, Alter? Lass mal Greasy landen. Bruder, spielst du mit Fernseh-Sound? Das kannst du mir nicht erzählen. Mach mal jetzt dein Headset rein. Wer spielt mit Fernseh-Sound in 2021 noch? Komm, wenn wir Runde gewinnen, ich schenke dir ein Headset. Kein Spaß. Warum? Ja, Bruder, Fernseh-Sound völlig lust. Bruder, das ist böse laut. Wie alt bist du eigentlich, Finn? Warum? Weil du hörst dich sehr jung an. Zehn. Süß. Überlebst du schon, Finn? Du bist der Beste. Komm. Brauchst du Hilfe? Nee, gerade nicht. Der hat noch keine Waffe. Maschine, Finn. Maschine, Finn. Ich glaube an dich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Alles gut, Finn. Ich hab ihn. Danke, Bro. Oh, für uns. Boah. Ich hab ihn, Finn. Alles easy. Wir machen das schon. Wie findest du die Pump dieses Season? Geht. Geht, gell? Voll chöppe die Chöpsen. Boah, der hat mich gelasert. Ich schaff's mir schon. Hab ihn auch gelasert. Und er ist tot. Boah. Ganz wilde Sachen passieren hier gerade, Finnyboy. Vertrau mir dieses andere. Ich hab keine Waffe mehr, Finnyboy. Komm, schieß. Finn, 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 Finn. Ja, Junge. Ich hab keine Waffe mehr. Zieh einfach durch, zieh einfach durch. Zieh durch, zieh durch. Zieh durch. Komm, 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 das schaffen wir. Du musst mir dann unbedingt seine Muni lassen, okay? Weil ich hab gar keine Muni, ich konnte nicht mehr schießen. Okay, danke dir, Finn. Ich kann dir auch ein bisschen geben, wenn du willst. Wäre cool. Wobei, nee, ja, AR Muni wäre cool. Genau, perfekt, Finn. Jetzt hab ich nur noch 35. Hier unten ist noch einer. Ja, warte, den holen wir gleich. Regelst du das? Was ist das? Pass auf. Du bist jetzt bald. Ja, 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 wir müssen aufpassen. Ich hab einen. Einer, Swite. Wollen wir reingehen? Keine Ahnung. Komm, komm, komm. Ich bin... Nein. Oh, sch**te, Präppi. Nein. Wollen wir noch eine Runde zocken? Okay. Ein paar Sekunden später. Hä, bist du überhaupt in meiner Runde? Keine Ahnung, wie, hä? Hä? Warte, ich schicke dir eine FAA. Falls du gleich weg sein solltest. Es ist weg, Leute. Findest du einfach weg. Nein. Das ist was komplett. Warte, ich wollte noch eine Runde mit ihm spielen. Du bist aber nicht der echte, ne? Das ist Voice Changer. Genau. Ey, lass dir Greasy. Hast du den Battle Pass schon? Nein. Perfekt, wenn wir Win holen, bekommst du ihn von mir geschenkt. Aber wir müssen dann halt zwei Tage warten. Aber du bist so gut in Fortnite? Ja, geht so. Okay. Hast du VVS-Bewerbung gemacht? Nein. Wird Zeit. Okay. Maske, ein Güte-Video. Ja, ja. Random Duo ist ein bisschen. Deswegen, wir müssen Win holen. Und ich brauche eine gute Runde, dass 15 Uhr Upload gesaved ist. Ja, ist auch mein Mainhaus. Wie alt bist du? Erzähl mal ein bisschen über dich. Bin 13. Ah. Kommst du aus Bayern? Wegen dem rollenden R? Nein. Ey, in diesem Haus können einfach vier Kisten sein. Das ist so heftig. Ich dachte immer drei. Ja, vier Stück. Das ist eine neue Waffe. Die ist zu OP. Ja. Hä? Er hat oben kaputt gemacht, aber hat die Kiste nicht geöffnet. Was denn? Ah, er kämpft hier in der Ecke. Hast du? Nee, nee, nee. Er ist aber one. Ja, jetzt habe ich ihn. Willst du die Pampo? Äh, nee. Giga? Scheiße, mate. Ich hab' ich nicht aus. Papi. Wieso sind denn so wenige mitgekommen? Greasy ist normalerweise immer full. Hast du, oder? Das ist dead. Nice. Spielst du eher die Taker oder die Striker Pump? Keine, ich spiele MP, bis sie die Pump besser machen. Ich kann die Lille an MP geben, ich spiele die Striker Pump. Ich spiele keine MP. Vor uns ist Big Fight, ja. Ja. Ich geh' hier links von der Luft zu sparen. Ey, das ist so krass. 21. 30 hier. Crack, bei dir unten. Nice. Hielt sich. Hab' ein Dead. Schön. Mal Solo. Der andere ist 40. Da. Oh. Er ist jetzt über dir, also unter dir jetzt. Ich bin hoch. Ja, hab' ihn hochgenommen. Ja, gut. Wie findest du das Sliden? Geil. Also das Sliden, eines der geilsten Features, die sie hinzugefügt haben. Hier, on me, on me, on me. Ich kann's hier nicht bauen, um einen Baum. Ja, es sind zwei Leute, ich bin tot. Ja. Sind die gut? Bei mir einen Baum, nein, die Spray nur. Ich konnte einen Baum nicht bauen. Ah ja, jetzt verstehe ich, was du meinst, das sind nur Spray. Pass auf, du kannst einen Baum nicht bauen. Na, und ohne Metz, wird's schwierig. Ey, wieso buckt der sich durch, man, du Buckfisch. Achso, man kann da nicht bauen, okay, jetzt verstehe ich. Ja, bauen, die haben das neu gemacht. Jetzt verstehe ich auch, wieso die gestorben sind. Was denn? Ja, Mann. Wölf, pass auf. Ich nehm die hoch. Alter, Junge, endlich hatte ich mal Glück und hab überlebt. Diese 50-50-Fights. Jetzt hab ich noch Hoffnung. Jetzt hab ich noch Hoffnung. Ich kann dich direkt eigentlich hier rebooten, dann holst du dir Loot und dann tun wir in die Zone padden. Ja, genau so machen wir's. Fast, und wenn du's einhörst. Ja, easy. Habst du gepattet? Ja. Okay. Ich such nach Gegnern. Ich hab welche gefunden. Gut. Ah, ich versuch mich in der Luft zu lasern, aber alles easy. Ich schaff's glaube ich nicht. Wie meinst du? Äh, doch, 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 ich schaff's, ich schaff's easy. Ich weiß nicht, wer die Zone ist. Ist die Gegner bei dir? Ja, aber ich mach das schon. Er ist los. Er ist todeslos. Gegner. Yes, sir. Ich sehe eine Wasser. 19er Hit. Komm zu mir. Ich bin da. Ich halte. Über uns. Hab einen. Schön. Pass auf, hinter uns. Ja, du an der Seite. Ich, hey, ich hab keine Mensch mehr. Was zum Problem. Äh. Also hier rechts. Wo ist denn der? Ach hier. Nehmen wir uns der komische. Hey, ich spreche, ich spreche. Ich spreche, ich spreche. Ey, solche, mhm. Komischen Menschen. Lassen wir gleich pushen. Ja, die du kommst, aber ich zu uns. Ich muss nachmachen, halt bitte. Ja, ich hatte zu. Ey, Junge, reicht doch irgendwann mal, ja? 20, ja, egal. Wie sind die Besten? Wie sind die Minis? Warte kurz, Bro, ich will uns splaschen. Lass mich rein zu dir. Hast du Minis auf Tasche? Ja. Guck mal. Ey, Junge, wir pushen die jetzt. Komm, komm, wir pushen die jetzt. Ja. Warte, ich bin kaputt. Reicht mir jetzt. Warte, ich kenne mehr jetzt. Warte, ich komme runter. Schön, Junge. Warte, ich droppe die Metz. Ja, sind die Metz und gedroppt. Ich würde schon seine Metz waschen. Ich bin froh. Nice. Ich brauche Blue Life ganz wichtig. Er ist ein Fallschaden gestorben, wie schlecht. Ja, hier ist das Ding. Ich habe mich nicht so gern. Okay, nice, vier Leute noch. Wie viele Kills hast du? Das sind sechs Maschine. Entweder Chins da drin, beim Tresor. Oder da hinten. Schüsse, glaube ich, hinter uns, ja. Ach, hier, hier hinterm Hügel. Ich sehe, da ist Lust, da ist zu Lust. Das sind zwei. Einer kriegt ein, einer Busch. Der andere ist Craig. Ich, I know so weit. He has one shot. Die haben Campen studiert. Ja. Bro, Bro, Bro. Was? Es sind die Besten. Okay, jetzt liegt es an dir, Brudi. Ja. Nein, Bruder. Nein. Junge, das sind die Besten. Ich sterbe. Wieso warten wir auf einmal so gut? Der war so weit. Der andere. Egal, Brudi. Du bist sympathisch. Ich hätte dich trotzdem. Und ich schenke dir einen Battle Pass. Danke. Danke. Okay, Freunde. Wollt ihr auf jeden Fall einen zweiten Part sehen? Von Random Duos. Mir hat es auf jeden Fall extrem Spaß gemacht. So, dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Ihr seid die Besten. Und tschüss.